Hey meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Ich bin Jenny und du findest auf meinem Kanal hauptsächlich so Haar- und Umstyling-Videos. Ich habe heute kein Umstyling-Video für euch. Ich möchte euch heute im Video zeigen, welche Produkte meine Lieblingsprodukte sind und was ich gerne nehme. Zeige ich euch jetzt im Video, also wenn ihr Lust drauf habt, bleibt dran. Ich werde es jetzt so machen. Ich sage euch immer, warum ich das Produkt mag, warum ich finde, dass das vielleicht gut sein könnte für euch. So kann ich mich einfach ein bisschen kürzer fassen, verquatsche mich dann nicht irgendwie und bleibe dann ewig auf ein Produkt hängen, weil das war nämlich in den letzten Videos so, da muss ich immer ein bisschen aufpassen deswegen. Also warum mag ich das und warum denke ich, das könnte für euch gut sein. Also das erste Make-Up-Produkt, was ich euch zeigen möchte, ist eine Base. Das ist eine feuchtigkeitsspendende Base. Warum ich das Ganze mag, ist, weil wenn ich das benutze, also unter meiner Foundation anwende, ist die Haut so mit Feuchtigkeit versorgt, dass es gar nicht möglich ist, dass sich zum Beispiel so gerade im Nasenbereich oder manchmal auch hier vorne so auf der Stirn, da hat man ja doch so trockene Schüppchen manchmal, dass sich die dadurch nicht bilden können und das Make-Up richtig ebenmäßig wird, auch so unter den Augen. Und warum ich denke, dass das für euch etwas sein könnte, weil wenn du noch nicht die richtige Make-Up-Base für dich gefunden hast und bist zum Beispiel ein sehr trockener Hauttyp und das Make-Up wird im Laufe des Tages fleckig und du bekommst so trockene Stellen, dann probiere das auf alle Fälle mal aus. Du wirst damit 100% zufrieden sein, da bin ich mir sicher. Was auch nicht mehr wegzudenken war bei mir, guckt bitte einfach mal, wie leer der ist und zwar ist das für Maybelline der Löscher. Warum ich den besonders mag? Weil er einfach meine Augenringe richtig super abdeckt und dabei halt nicht so trocken ist. Also bei vielen Concealern ist es ja wirklich so, dass es dann im Laufe des Tages oder auch manchmal sogar schon von Anfang an, wenn die halt eine krasse Deckkraft haben, dass sich das dann so unter den Augen absetzt und dann so trocken ist und so und gerade wenn man, ich sag mal, nicht mehr so gerade erst 18 geworden ist, dann muss man da schon ein bisschen gucken und da ist der Löscher richtig gut geeignet. Und warum denke ich, dass ihr den gut finden würdet? Ich denke, weil der vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach super ist, man den in der Drogerie kaufen kann und man damit nichts verkehrt machen kann, wenn man einen Concealer sucht und nicht so trocken unter den Augen aussehen möchte. Das nächste Produkt ist diese Foundation. Das ist die All Nighter Foundation von Irm Decay. Sie ist richtig gut. Also die ist wirklich richtig gut, warum ich die liebe ist. Weil die so gut ist, dass ich die sogar zu meiner Hochzeit tragen würde oder auch Bräuten empfehlen würde, weil die macht ein ganz, ganz ebenmäßiges Hautbild. Ist aber nicht so, als wenn jemand vor dir steht, nah an deinem Gesicht, sieht das nicht so aus, als hättest du richtig viel, sag ich jetzt mal, Full Cover drauf. Also das ist eine Foundation, die ist einfach nur High End, finde ich. Und ich werde mir die auf alle Fälle noch in einem anderen Ton bestellen. Warum ich denke, dass euch die gefallen würde? Ja, weil man sich einfach auf diese Foundation sozusagen verlassen kann. Dass sie da bleibt, wo sie ist. Dass sie sozusagen nicht verrutscht und gleich von Anfang an so ein richtig seitiges Hautgefühl gibt. Und einfach, ich weiß nicht, wenn ihr irgendwie mal die Möglichkeit habt, die irgendwo euch anzugucken, im Sephora oder Douglas oder so, probiert das auf alle Fälle mal aus und guckt die euch mal an. Kann ich wirklich empfehlen. Ich kriege auch des Öfteren Fragen, Jenny, was benutzt du für deine Augenbrauen? Also meine Augenbrauen sind gefärbt und gezupft. Aber manchmal will ich das noch so ein bisschen mehr betonen und male die nach. Dafür verwende ich diesen Stift. Der ist von Benefit. Warum ich den sehr gerne mag? Weil mir der Ton richtig gut gefällt. Und weil der richtig lange gehalten hat. Und meine Alternative dazu ist nämlich der NYX Micro Brow Pencil. Den kann ich euch auch empfehlen. Aber kann gleich vorab sagen, dass der von NYX viel schneller alle geht und überhaupt nicht so lange hält. Da muss ich echt sagen, da hat Benefit wirklich was richtig Gutes gemacht. Und auch vom Ton her und die Haltbarkeit, damit bin ich wirklich sehr zufrieden. Warum ich denke, dass du diesen Augenbrauenstift auch gut finden würdest, ist, weil er ganz feine Härchen zeichnet. Weil auch gerade so für die Blondinen unter euch die Farbe 2 richtig gut geeignet wäre. Also schaut ihn euch mal an und kann ich nur empfehlen. Das nächste Produkt ist die Mascara von Shiseido. Das ist die Imperial Link Mascara. Warum ich die gerne mag, ist, weil die ganz anders ist, wie meine anderen Mascaras, die ich besitze. Also dieses Bürstchen und die Konsistenz ist einfach nicht so verklebend trocken, wie ich das manchmal so bei Mascaras habe. Die ist so ganz fein und richtig gut für meine Augen verträglich. Und ich habe ja jetzt gerade ein paar Wimpernextensions neu drauf und damit verträgt die sich auch richtig gut. Ich mache die Mascara nur unten hin und einmal ganz kurz so berühre ich oben ganz, ganz leicht die Wimpernextensions. Also ich tusche die nicht richtig. Und da habe ich keine Probleme, kein Verkleben oder irgendwas und die ist richtig super. Warum ich denke, dass ihr die gut finden würdet, ist, einfach mal was anderes ausprobieren, wie was man vielleicht sonst so aus der Drogerie, sag ich jetzt mal, kennt. Es gibt ja so diese typischen Lieblingsmascaras, die man hat. Ich finde, die ist im High-End-Bereich wirklich ihr Geld wert und ich finde die richtig super. Also das sind die Produkte, die ich euch im Bereich Make-up empfehlen kann. Weiter geht's mit Hautpflege. Was für mich nicht mehr wegzudenken ist aus meiner Hautpflegeroutine, ist das F06 von Oliveda. Ja, das ist meine, ich schwöre es euch, vierte Flasche. Warum ich das besonders mag, ist, ich habe das Gefühl, meine Haut danach hat so richtige Spannkraft. Die fühlt sich ganz frisch an, wie so, ich weiß auch nicht, ich kann es irgendwie schwierig beschreiben. Auf alle Fälle mit Feuchtigkeit versorgt. Und dann mag ich die Kombination sehr, wenn ich von Clarins diese Bräunungstropfen reingebe. Wenn ich die Bräunungstropfen nämlich zum Beispiel in meine Creme mache, habe ich das Gefühl, dass die Wirkung nicht so schön ist und dass das nicht so ebenmäßig wird. Aber wenn ich das zum Beispiel in das Serum gebe von Oliveda und ich stehe früh auf, ich sehe aus wie, keine Ahnung, aus dem Urlaub, ja. Also es ist wirklich richtig, richtig gut. Und warum ich denke, dass ihr das mögen würdet, weil es einfach auch so Pigmentflecken ausgleicht und es ist einfach nochmal ein ganz anderes Level von Pflege. Und jeder, der genauso ein blasser Egon ist wie ich, sollte wissen, wie schön es ist, wenn man früh aufsteht und einfach so ein bisschen Farbe im Gesicht hat. Und halt, wenn man ein Serum, das muss jetzt nicht dieses sein, aber ein Serum verwendet, auch mit den Clarins Bräunungstropfen, probiert das auf alle Fälle mal aus, anstelle das immer nur in die Tagescreme oder so reinzugeben. Mit so einem Serum irgendwie verbindet sich das dann ein bisschen besser mit der Haut. Dann liebe ich auch ganz doll die F07 Gesichtscreme. Die verwende ich jeden Tag, die habe ich mir jetzt auch schon nachgekauft. Was mir an Oliveda einfach gut gefällt ist, dass in den meisten Produkten, also in den meisten Cremes, Seren, Augencremes, was auch immer, ist der größte Teil in den Produkten, ihr müsst da mal hinten drauf schauen bei den Inhaltsstoffen, ist halt Wasser. Also H2O. Und bei Oliveda ist es so, dass Wasser ersetzt wird durch Zellextrakt, was aus Olivenblättern gewonnen wird. Also die Olivenblätter werden gepresst und dann kommt ein Zellsaft, kommt da raus und das ersetzt den Wassergehalt. Und deswegen glaube ich, ist das einfach auch so das Besondere an den Produkten. Und ich vertrage die halt richtig gut, weil die sind so sensible Haut, die sind vegan, es ist einfach mega reichhaltig und so. Also ich persönlich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Und deswegen ist das nächste Produkt die Augencreme und zwar ist das die F09. Und ich sage euch, warum ich die mag, weil ich schon richtig viel Geld ausgegeben habe für viele Augencremes. Weil ich unter den Augen hier hinten, habe ich immer so eine rote Stelle, also da ist meine Haut so richtig trocken. Und es ist so, dass bei Clarence, Clinique, keine Ahnung und so weiter, hat das bei mir immer gebrannt. Und ich habe es nicht vertragen, auch wenn die zum Beispiel teuer war oder so. Ich habe es einfach nicht so gut vertragen und hatte nicht so das Gefühl wie bei dieser hier. Die spendet wirklich richtig Feuchtigkeit, ich vertrage die, die ist für sensible Haut einfach. Und ich kann mir nur wieder Schluss folgern, dass das auch was mit diesem Olivenblatt-Extrakt hat. Also dass da halt nicht so viel sinnloses Zeug, sag ich jetzt mal, drin ist. Und ich mag die einfach. Und warum ich denke, dass ihr die mögen würdet, weil wenn ihr die benutzt, habt ihr endlich mal eine Augencreme, falls ihr eine sucht, die wirklich Feuchtigkeit spendet und die die Haut so ein bisschen straffer macht. Und halt auch wirklich null reizt. Und ja, deswegen. Das waren meine meistgenutzten Produkte aus dem Bereich Hautpflege. Ich möchte auch gerne, ich weiß ja nicht, ob euch sowas interessiert, auch was ich zum Abschminken und zum Reinigen meiner Haut benutze, da meine Haut sich wirklich in den letzten Monaten sehr verbessert hat. Und falls euch das interessiert, ihr könnt mir das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und jetzt kommen wir auch schon zum Thema Haare. Ja, Haare, ihr wisst, ist mein Spezialgebiet. Ich habe tausend Produkte, aber ich muss mich natürlich beschränken und habe mich jetzt so darauf beschränkt, auf Produkte, die ich selber auch für mich benutze. Und wo ich sage, okay, damit kann man meiner Meinung nach absolut nichts verkehrt machen. Es heißt aber nicht, dass nur weil das für mich funktioniert, dass das auch für euch funktioniert. Also jeder hat ja auch andere Ansprüche und kommt mit verschiedenen Produkten halt gut klar. Das Erste, was ich euch zeige, ist diese Haarpflegeserie. Und zwar ist die von Matrix. Wer meine Umstylenden-Videos vielleicht verfolgt, der wird schon mitbekommen haben, dass ich ziemlich viele Produkte von Matrix verwende, auch zum Beispiel im Haarfarbbereich. Und bei der Pflege habe ich auch einiges von Matrix. Warum ich die Rebond-Serie, nennt sich das, so mag, ist, ich habe nichts Vergleichbares, was meine Haare so aussehen lässt, ja, wie sie aussehen, nachdem ich das benutzt habe. Weil das ist ein Drei-Phasen-Aufbausystem für die Haare. Und man benutzt das Shampoo ganz normal zum Waschen. Dann gibt es noch eine Phase 2. Also da würde jetzt hier eine 2 stehen. Ich habe die aber nur in so einer großen Flasche. Die macht man sich dann auch im Nassen drauf, nachdem man die Haare halt schamponiert hat. Das Ganze kann man einwirken lassen, zum Beispiel so für 10 Minütchen. Und in den Produkten ist zum Beispiel sowas wie Taurin enthalten. Das ist ja in Red Bull enthalten. Also das dient zum Beispiel so zur Haarstärkung. Das macht die Haare dicker. Also meine Haare hinterher, die sind so weich. Weil wenn man dann die Phase 3 benutzt, man macht die direkt, nachdem die 2 eingewirkt hat, macht man das direkt aufs Haar. Und das ist quasi der Conditioner, also die Spülung. Und ja, dann spült ihr das Ganze aus. Und die Haare sind einfach butterweich. Es ist ein Sofort-Effekt. Warum ich denke, dass ihr das mögen würdet, weil es einfach geil ist. Weil, keine Ahnung, es halt die Haare sehr, sehr pflegt. Wenn man es dauerhaft anwendet, die Haare stärker werden, gesünder werden. Und wer ein sehr stark chemisch behandeltes Haar hat, kann ich absolut weiterempfehlen. Und man muss auch nicht immer Phase 2 verwenden. Also es reicht auch Shampoo und Spülung sozusagen, beziehungsweise Conditioner. Aber wer halt so noch so einen extra Aufbau für zu Hause möchte, der, ja, kann sich auf alle Fälle, sollte sich auf alle Fälle die Phase 2 noch dazu kaufen. Und warum ich auch noch denke, dass euch das gefallen wird, ist, weil das nicht so teuer ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, die haben ein bisschen einfach am Design gespart oder so. Aber haben halt dann dafür in Inhaltsstoffen Gas gegeben. Und kann ich absolut ruhig empfehlen. Das nächste Produkt ist dieses. Das ist von Goldwell. Das ist der Skype-Spezialist. Warum ich das Produkt sehr gerne mag, ist, weil ihr das Produkt sehr, sehr gerne mögt. Und zwar habe ich, wer mir auf Instagram folgt, beziehungsweise noch nicht folgt. Ich heiße Cheney Photography Beauty bei Instagram. Ich habe euch das gezeigt. Und es haben sich wirklich viele nachgekauft. Und zwar ist das, wenn ihr Probleme habt mit eurer Kopfhaut und Schuppen habt, besonders hier vorne zum Beispiel im sichtbaren Bereich. Da hatte ich das auch demonstriert in meiner Story. Und das wird sozusagen auf die Kopfhaut aufgetragen. Und man hat einen Sofort-Effekt. Also das heißt, die Schuppen sind sofort sichtbar weg. Es ist kein Schuppen Shampoo oder Tonikum oder sowas, sondern es ist wie ein Gel, was man sich direkt auf die Kopfhaut aufträgt. Es macht auch keine fettigen Haare. Ich habe das auch schon bei verschiedenen Personen angewandt. Und es hilft immer bei sensibler, gereizter, schuppiger Kopfhaut. Probiert es auf alle Fälle mal aus. Ich habe viel positives Feedback dazu bekommen. Also das ist auch der Grund, warum ich denke, dass ihr das mögen würdet, weil ihr das nämlich schon mögt. Und ich dann immer nachdenke, Jenny, wie ist das nochmal? Oder danke, dass du das empfohlen hast. Ich bin super zufrieden. Das Erste, was mir geholfen hat. Und das ist wirklich so ein richtig kleines Wundermittel. Ich kann euch das absolut empfehlen, wenn ihr da Probleme habt. Wenn wir einmal beim Thema Haare sind, was ist mit einer der meistgestellten Fragen? Welchen Hitzeschutz kannst du empfehlen? Das hier sind meine zwei Lieblings-Hitzeschutzprodukte. Kann man das so sagen? Ja. Und zwar ist das einmal das Rosane von Matrix, das Sugar Shine. Das ist so ein Zwei-Phasen-Spray. Das sprüht man in die nassen Haare. Warum ich das Ganze mag, ist, weil es richtig gut riecht. Also ich liebe den Duft, weil die Haare danach sehr, sehr doll glänzen. Also es verleiht wirklich einen schönen Glanz. Und es beschwert die Haare nicht. Also es ist wirklich ein sehr unkompliziertes, leicht anzuwendendes Produkt. Warum ich denke, dass ihr das mögt? Eigentlich genau aus den gleichen Gründen, die ich euch gerade genannt habe. Also ich weiß, dass auch sich das schon viele nachgekauft haben und sagen, ja, bin ich super mit zufrieden. Meine Haare glänzen richtig schön, sind vor Hitze geschützt. Gerade so vorm Glätten und vorm Föhn. Also absolute Empfehlung. Und welches ich euch auch noch empfehlen kann. Und zwar ist das das hier. Das ist das GHD Heat Protection Spray. Das ist ein reines Hitzeschutzspray. Warum ich das mag, ist, einfach wie das sprüht. Ich mag schon diesen Kopf und das Klickgeräusch, das das macht. Und dass der Sprüher das so ganz fein verteilt. Ich mag nicht, wenn das so zu nass ist und so grob. Ich finde das schön und angenehm, wenn das so ein feiner Sprühnebel sozusagen ist. Und der Duft ist auch sehr, sehr angenehm. Und warum ich denke, dass ihr das mögen würdet, weil es ist unkompliziert in der Anwendung. Es ist ein sehr, sehr beliebtes Produkt und ihr könnt damit absolut nichts falsch machen. Und eure Haare sind zu 100% vor Hitze geschützt. Also ein Styling danach ist damit kein Problem. Kommen wir nun zum letzten Produkt, was ich euch zeige. Ich frage mich eigentlich schon, wie oft ich das Wort Produkt jetzt verwendet habe. Das letzte ist das hier. Und zwar ist das das Redkin Diamond Oil. Ihr könnt schon sehen, also für ein Öl, wo man ja wirklich nur minimal benutzt, ist hier schon einiges raus. Das ist ein Öl. Das verwende ich fast täglich. Warum ich das mag? Weil es in den Spitzen die Haare nicht so verkleben lässt. Es fettet nicht. Ich habe das Gefühl, seitdem ich das benutze, sind meine Haare irgendwie so ein bisschen länger geworden. Aufgrund, dass sie halt nicht mehr abbrechen unterhalb. Weil irgendwie dieses Öl... Also es liegt auf alle Fälle jetzt nicht nur am Öl, dass meine Haare da länger geworden sind. Aber wer seine Spitzen einfach schützen möchte vor Spliss und dass die so aufgepufft sind oder so, probiert mal das Redkin Diamond Oil. Das ist wirklich ein sehr, sehr hochwertiges, wunderbares Öl. Ich habe das damals bei Mrs. Bella gesehen und bin sehr froh, dass ich mir das nachgekauft habe. Und warum ich denke, dass ihr das mögen würdet, weil es hübsch aussieht, gut riecht, einfach anzuwenden ist, seine Funktion vollkommen erfüllt und meine Haare bzw. eure Haare gesünder machen wird. Und alles, was ein Haaröl für mich haben muss. Das waren meine Produkte, die ich unbedingt mit euch teilen wollte. Ich benutze alles davon wirklich regelmäßig selber und ich markiere euch auch alles nochmal in die Infobox unterm Video. Vielleicht kennt ihr ja davon schon einiges oder habt das bei mir mal auf meinem Kanal schon gesehen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Anregungen, was auch immer habt, dann könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare stellen. Und ihr könnt meinen Kanal auch kostenlos abonnieren für noch mehr Haar- und Produktvideos. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!